Musik Milena Merz und Michael Krafczyk tanzen erst seit acht Monaten zusammen und sind schon jetzt ein eingespieltes Team. Beim Jugend-Bayern-Pokal haben sie auch die Jury von sich überzeugt. Am Finaltag sicherten sich Milena und Michael als Bestplatzierte den Sieg im Jugend-B-Standard-Turnier und gewinnen den begehrten Bayern-Pokal. Doch die beiden 15-Jährigen haben größere Ziele. Auf jeden Fall Weltmeister natürlich, aber es kommt halt darauf an, wie es so im Leben dazwischen kommt. Aber momentan würde ich schon sagen, dass ich gerne möglichst weit kommen will, so Weltmeisterschaften und so. Das kleines Ziel, das wären die Landesmeisterschaften im Februar und sonst natürlich irgendwie deutsche Meisterschaften, Weltmeisterschaften. Fünf- bis sechsmal pro Woche trainieren die beiden Schüler, um ihren großen Traum zu erfüllen. Aber Talent alleine genügt dabei nicht. Es braucht ganz viel Biss und wirklich Durchhaltevermögen. Also die, die letztendlich dann irgendwann ganz oben stehen, das sind einfach die, die niemals aufgeben. Die werden ganz oft auf die Schnauze fallen, die werden auch ganz viele Niederlagen erleben. Aber die, die dann ganz oben sind am Ende, das sind die, die nicht aufgeben. Bereits am kommenden Wochenende wagt das Tanzpaar den nächsten Schritt in seiner Karriere. Milena und Michael dürfen sich auf ihr erstes internationales Turnier in Portugal freuen. Vielen Dank. Vielen Dank.